Halt, stopp, warte, bleib stehen, jungen Mädel, bleib stehen, ha Leute, es ist wichtig, wenig, bleib, bitte, beruhig dich. Ihr alle wisst, vor ein, zwei Tagen haben wir Apps ausprobiert, die ich niemals ausprobieren wollte. Gruselige, unverfluchte, untergehen, wisst ihr, Apps, ihr wisst schon, was Apps sind, oder diese Dinger, wo man... Moment mal, hab ich grad wirklich im Jahr 2021 gefragt, ob ihr Apps kennt? Ich... Oh Mann, ey, wird langsam auch zur Oma, Alter. Aber Ladies und Gentlemen, heute ist es soweit, ihr wolltet einen zweiten Teil und ihr bekommt ihn. Das letzte Mal haben wir eine App ausprobiert, Talking Tommys, die Gruselig-Untergang, keine Ahnung was, das war einfach nur seltsam. Und heute ist es soweit, wir gehen in die nächste Runde von den gruseligsten Apps. Auf der gesamten Welt, die verflucht sind, Mann. Ihr seht schon, wir sind in dem nächsten Ordner verflucht und dieses Mal haben wir neue Talking, was weiß ich was, Apps, die verflucht sein sollen. Wo ihr gesagt habt, Marky, teste die aus, die haben Angst, wir machen Pipi-Hose-Windel ist an, bitte test du, ich trau mich nicht. Okay Leute, ich mach, aber schaffen wir wie immer, um dieses Video extra gruselig zu machen, ihr wisst Bescheid. 6.666 Likes knackt, schafft ihr, für gruselig, gruselig Stimmung, Decke überkommt. Uh, Geister. Okay, wir legen los mit Talking Ben, yo, okay, okay, das sieht echt gut. Bruder, ich schwör, ihr wisst, ich bin ehrlich zu euch, das sieht creepy aus, Bruder. Ah, 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 ah. Gut, Jungs, Feierabend, es ist, ähm, hier wäre, äh, äh, ich hab noch Brezeln im Ofen, ich muss, ähm. Brezeln, sorry, kann ich die App ausprobieren, die Brezeln verbrennen. Bruder, okay, ich weiß nicht, was da los ist, alter, Ben ist ein Chemie-Professor im Ruhestand, der sein ruhiges und angenehmes Dasein genießt und gerne isst, trinkt und Zeitung liest. Oh nein, der klingt schon auf Psycho. Okay, wir gehen rein, Talking Ben, es geht los, so, dieses Spiel beinhaltet in-App-Käufe, ja, Schnauze, Digga, ich gebe kein Geld aus, wann bist du geboren, jetzt geht das Quiz wieder los, wann bin ich geboren? Wir machen, dieses Mal bin ich, hm, 2003 geboren, 2004, 2004 gefällt mir, bam, und ja, Datenschutz wie immer, ich muss auf das Mikrofon zugreifen können, um es nicht zu hören, oh nein. Oh nein, der redet gleich wieder mit mir, macht ihr mir nach, auf gruselig, oh nein, ich schon wieder, ich hab keinen Bock da drauf, der F wird es wieder die ganze Zeit nach. Okay, so, also, der hat eine Zeitung in der Hand, hat der gerade gelacht? Na, 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 na. Ha, hallo? Na, 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 na. Redet der jetzt, was ich sag nie? Na, 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 na. WTF, was ist dein Problem, Junge, wieso machst du immer na, 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 was, wenn du es machst, es noch einmal, ich trete dir ins Gesicht. Der hört mich. Immer wenn ich was sag, macht der das! Bisschen mal kurz ruhig. er macht nix hallo sobald ich was sagt macht er was sobald ich laut werde ok gut also es ist schon mal creepy der redet mir nicht nach kann ich dem hat aufgehangen online ist mein handy jetzt haben jetzt mein handy das hat sie btf mein handy ist gefließt war erst zurück erst zurück ok erst zurück alles beim alten ok hallo hörst du mich wieso redet jetzt auf einmal das ist echt oder ok das seltsam wieso fängt er es mit diesem müll an also auch diese apps sind halt creepy irgendwie so keine ahnung also ich ich glaube nicht dass die verflucht sind aber das ist halt voll creepy unangenehm irgendwie wieso redet er jetzt wieder alles nach schnauze ich bockse dich um du sagst du nix so ok was kann der jetzt wir drücken jetzt hier das sind wieder spiele das bauen wir nicht wir drücken auf die flasche gut er wirft mir eine flasche auf mir danke dafür schnauze du redest mir nicht nach ok also bis jetzt ich finde den dude halt so creepy irgendwie ok wir gucken mal weiter wir gucken mal weiter was passiert mir nicht da er snack ganz normal ok das war nicht creepy und die werbung kommt rein in die werbung gut dann was haben wir hier ich hab gesehen leute dass über 40 prozent diesen kanal nicht abonniert haben die die videos gucken was macht ihr denn leute ey wenn ihr neu seid lasst mal ein abo da wir sind kurz vor 1,9 millionen glaube ich alter wir gehen auf die 2 millionen zu also jeder der ehre hat jeder der ein bisschen ein bisschen anderen gönnt ich küsse dein herz dankeschön dass du supportest lass ein abo da unter mir abonnieren drücken wenn es rot leuchtet jeder der nicht abonniert ich werde dich verfluchen und heute nacht um 3 uhr nachts finden und aufessen oh nein ihr habt es gehört von abnormal der junge bild ist auch noch jungen jungen gut ok ja kann der jetzt noch irgendwas wir haben noch hier ein chemie toms neues spiel ist ein haus voller spaß nein ich will nichts herunterladen was kann der jetzt ja und jetzt ok bro das ist echt guck bitte guck dir das ist eine app für so ne guck dir den mann wie gruselig der aussieht ey jo schau mal nochmal seinen blick an schau mal nochmal seinen blick an leute guck mal nochmal seinen blick an guck mal nochmal seinen blick an bro ich bin raus ich bin raus ich bin raus du kannst mir ey das ist halt real talk die gesichtsausdrücke so ja ok passiert jetzt ok der war nicht der war ja der war ok der war nicht so wuselig wir gucken was passiert wenn rosa rosa und lieder noch machen wir schnell machen wir schnell machen wir schnell ok der war auch nicht so schlimm also der erste der erste ich kann nicht mehr ich habe ich muss wieder kauf um den müll zusammen zu mischen eigentlich gebe ich jetzt 100 euro aus und warum junge ok wir gehen rein die zweite ok wir haben talking ginger ich habe keine ahnung was das ist aber es geht wieder weiter talking ginger anscheinend gut also das ist der macht high five high five wieso bruder ok was ich ein bisschen seltsam finde ist manche kinder haben berichtet und so dass die halt irgendwie voll die seltsamen sachen also dass die quasi auch über die kamera beobachtet wurden und nicht nur über das mikrofon also real talk jetzt das sind geschichten aus amerika guck mal in dem seine augen oder es sieht really so aus wie wenn er uns die ganze zeit abfimt oder du kriegst kein high five sondern schnauze der guckt die ganze zeit so irgendwie sind die echt seltsam die apps ich finde die echt irgendwie seltsam also man kann nichts großartig machen aber die sind so seltsam ok was kann man bei dem gut machen also wir haben hier wieder irgendeinen müll was ist das ein puzzle was habe ich gemacht ich drücke nochmal geht nicht ok jetzt vorbei gut wir drücken auf klopapier klopapier ist der gerade am abseilen lässt der gerade kackt der gerade während ich dieses ding macht feuert es den an du bist ja krank jetzt ist er gut jetzt ok was hier waren wir echt was manche apps sind ok nein ey also die ist bis jetzt nicht creepy die ist einfach nur seltsam die apps aber was kann der duschkopf Bruder du siehst so verdammt hässlich aus du siehst aus wie Gandalf Junge Dumbledore bist du Scollum was ist denn das alter wie siehst du aus besser ist es alter so was kann der Föhn oh jetzt ist er schon ein bisschen süß muss man ehrlich sagen ist aber ein bisschen süß geworden so ein bisschen süß ok haben wir noch eine zahnpasta und wir können ich muss dem seine zähne muss ich glaube ich bin ok also die die ist nicht so gruselig der ben war richtig creepy der du der ist er süß ne aber es ist ja man es ist immer noch seltsam was denn das jetzt bitte was zahnputz kontrolle wo sie jetzt meine zähne putzen ich habe keine zahnwüste guck mir nicht so blöd an was soll ich jetzt machen oh du blöde wie geht das weg hallo wie geht das aus ich krieg das nicht aus oh mein gott ok ich hab's aus und die werbung rein in die werbung gut ok wir haben also wir haben oh ne die hört mich wieder oder hallo ok wir haben also wir haben schnauze ok was sind das für sauneffekte also die sitzt anscheinend schwanger und keine ahnung wenn ich jetzt auf die kiste drückt ja ich kann wieder was kaufen nice gut wenn wir auf kopfhörer drücken entspannungssalon hier lauscht das kettchen mit ihren kleinen high quality content ladies und gentleman bei 6666 likes machen wir weiter wir gehen in die nächste gruselige app rein und gucken nach ob die auch verflucht ist ob es seltsame dinge gibt ben absolut creepy rest eher süß und einfach nur seltsam deswegen lasst den daumen da oben da wenn es euch gefallen hat kostenlos abonnieren nicht vergessen jeder der neu ist lasst jetzt ein abo da man nur 40% haben abonniert küsschen oder 40% haben nicht abonniert ich weiß es gar nicht mehr dankeschön an alle die dabei sind küsschen an euch hier ist das letzte video klickt drauf viel spaß dabei ich bin raus adios amigos bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal